Liebe Kolleginnen und Kollegen der nächstbestgelegenen Intensivstation des Klinikum Bremerhaven Rheinkenheide, Prost! Ihr habt uns für die Coolwater Challenge 2018 nominiert. Prost! Wir nehmen diese Nominierung an. Prost! Prost! Wir haben uns hierfür nicht einen seichten Badestrand gesucht, sondern ein typisch norddeutsches mooriges Fließgewässer. Prost! Prost! Und wir nominieren die Geschäftsführung des Klinikum Bremerhaven Rheinkenheide. Prost! 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 Das war so schwer. Vielen Dank.